12 Karten zu einem Krass. Eine noch in dessen Mitte. Deckst du diese letzte auf, nimmt die Lesung ihren Lauf. Das ist ja unheimlich. Ich weiß, irgendwie ist das ganze Dext-Range. Wo hast du das her? Wen juckt's? Wer fängt an? Der Eremit! Magier! Hohe Priesterin oder der Tod? Wessen wirst du sehen, wenn dein letzter Atemzug droht? W Meow? Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017